Und deswegen denke ich, hier viele Spiele sind. Und London gibt alles, obwohl schon die Größe nach Anlösung ist. Ich denke, der Respektgebiet ist vor Barcelona, vor Spanien, auch ein bisschen langsam zu machen. Dazu brauchst du einen Nachhaltiger. Eine englische Mannschaft jedenfalls kam nicht nur das 8. Finale in dieser Saison. Aus Arsenal, die wollen von Bayern wirklich erledigen. Da gibt der Vereiniger Chelsea schon die Punktphase raus. Also England muss nachsitzen im 150. Jahrhundert. Das bestehen Sie in der Bundesrepublik der Saison. Die Spanien, Halbfinale, beide Male Deutsch-Spanisch, beide Male. Sowas kommt dran. Aber...